Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1800. Wir sind wieder hier in Anno. Oh, es stockert gerade ein bisschen, weil ich schon ein bisschen länger hier im Spiel bin und später mal wieder nachladen muss. Oh, es gehen drastisch die Einnahmen runter. Was ist hier los? Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei dem Zeug, wo wir Mais und Rinder hinsetzen. Ach stimmt, den Mais könnten wir ja hier anbauen. Wollten wir das nicht sogar machen? Theoretisch weiß es gar nicht mehr, wo wir was hinbauen wollten. Und da wollten wir für den Mais umsiedeln. Wollte ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Eine Minute, halbe Minute. Das heißt, wir brauchen zwei für eins. Das heißt, wir brauchen vier Felder. Ich hoffe, die brauchen nicht so viel. Blotz. Boah. Na klar brauchen die viel Platz. Ich glaube, es ist... Wockert. Am liebsten hätte ich gerne dann hier so einen Zwischenweg. Ich sage hier... Ähm... Dass wir dann hier das Lagerhaus hin platzieren. Wir brauchen doch noch die Hinterfarben. Und der Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Boah, zum Glück nicht mit mir, ey. Das könnte ich jetzt... Die Krankheit ist ausgebrochen. Och, nö. Also natürlich, das muss jetzt natürlich sein, oder? Die Waffenruhe wurde beendet. Aber das muss jetzt natürlich sein mit der Krankheit, oder? Das muss natürlich sein, oder? Natürlich hier kein... Wir haben zwar da ein Krankenhaus, aber haben wir hier ein Krankenhaus? Also wir haben hier Krankenhäuser. Da haben wir hier richtig Pest ab hier. Oh, oh. Nein, und die kommen da hinten nicht hin. Ah, nein. Die Pest. Hilfe. Wir haben hier ein dickes, fettes Problem hier. Ich muss schnell die Häuser hier rotieren. Schnell. Die Pest ist ausgebrochen. Äh, nö. Warum so gemein? Du, das ist nicht... Nee, Mann. Gesunkene Schütze-Expedition. Wir haben ja in einer Expedition laufen. Oh, da soll ich mal ein Spiel aufkommen. Nein. Ah no. Keine Rückmeldung. Was? Nee. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oh, jetzt geht weiter. Kap Trelawain. Die Königin ist eilig aus dem Casino geflohen und ihre Troschke ist weit zurückgefallen. Ihr Fahrer glaubt, sie folge der Küste vielleicht seinem Schiff. Sie können entweder die Verfolgung fortsetzen oder zu ihrem eigenen Schiff eilen, dass es im Hafen von Monigasquiu warten müsste, falls der Kapitän ihren Befehl befolgen. Ähm, zu ihrem, die Verfolgung fortsetzen, drücken wir drauf. Sie erreichen die nächste Bucht hinter Monigasquiu. Und als sie aus ihrer Troschke springen, sehen sie die Königin über einen Pief eilen, an dem sich, an dem ein großes Flaggschiff namens Erdrunde festgemacht hat. Offensichtlich ist die Mannschaft auf Notfällen dieser Art vorbereitet, denn das Schiff scheint zum Auslaufen bereit zu sein. Sie können versuchen, die Königin zu rufen oder sich ein Schiff zu borgen, um die Verfolgung. Ja, dann nehmen wir doch das hier. Ein stümperhafter Versuch, ruft die Königin zu ihm herunter. Als sie mit dem von ihm geschonenen, leckenden Fischerboot langseits ihrer gigantischen Flaggschiff gehen, anscheinend sich dort zappeln zu lassen, scheint sie sich ihrer zu erwarmen. Und wir treffen uns morgen am Kap Trelevain und im Himmelswillen kommt mit einem anstelligen Schiff. Sie schleichen sich davon, finden ihr eigenes Schiff im Hafen und segeln nach Trelevain, dem südlichen Punkt in der alten Welt. Bruder, heldenhafte Admiral Nalasky, vor weniger als 15 Jahren einen großen Seesieg über La Corona, 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 La Corona herrungen hat. What? Okay, die Heratron erwartet sie dort und sie werden von der Königin recht eisig an Bord empfangen, wenngleich mit einigen Beklommenheit. So, weiter geht's. Ich wusste, dass diese Dürfen... Dann, weiter geht's. Wir gucken jetzt mal... Oha. Wir sind nicht hier, um der innenpolitischen Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Kap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten hier die Schlacht als Sieger verlassen, doch nun seither all die Schätze seiner Zeit in den tiefen von Poseidons schoßen. Lange Zeit hat das Kapaunzepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Putten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Kapaunzepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten. Crown Falls, mein bisher größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Besitz und wir ennenen euch zum Gouverneur dieses Eilandes, dem Kap von Tcholon. Vorerst vielleicht noch ein bescheidener Außenposten, aber er verspricht, die größte Metropole unseres Königreichs zu werden. Ach, wir können uns hier ansiedeln. Bringt mir etwas Tee, wenn schon sonst nichts. Boah, darum gehen wir mal da hin. Alter, ist das hier geil. Da kann man hier nämlich... Äh, das wäre genau die Insel, die ich haben will, ne? Die ist richtig fett und groß. Und was ist das für eine Musik? Sorge geben passable Bote ab, frag diesen Ismael. Es darf einem nur nicht der Deckel zu fallen. Sorge geben. so wir gehen jetzt mal auf die andere bild und wir gucken mal wir haben hier nämlich geboten wir wollten hier ursprünglich meistbauen doch egal jetzt machen wir es natürlich hier ist ja mal jucke die hose uns geht es allen viel besser genau so süß gott sei dank rinder fahren von der löse sechs ein paar mal auf vier stück das klingt aber ganz easy hin und 23456 hier machen wir auch mal 1 2 3 4 5 6 vielleicht sogar die sachen näher rücken 1 2 3 das unordentlich 4 5 6 und das nehme ich warum wir nur noch eine straße hierzu natürlich über eine brücke und dann bauen wir hiervon natürlich zwei produktionen hängen und am besten noch ein zweites lagerhaus und am besten brauchen wir noch ein paar neue häuser hin wenn es hier noch irgendwie zustatten geht ich glaube ich muss die holzproduktion woanders dahin bauen zumindest irgendwo anders dahin wo es auch passen würde hier hin also ebenso man ich glaube hier bin ich ein bisschen verschwinderig mit dem holz umgegangen 98 das ist doch einfach das ding höher setzen das ding anbinden so kann natürlich das ding mit 98 prozent hier laufen lassen das wäre doch die lösung und das vierte ding wie du kannst nirgends hin damit was ist denn bei dir schief so ne richtige atmosphärische musik haben wir hier würde ich sogar gerade mal vorschlagen dass wir einmal hier den ich würde gerne den weg ein bisschen anders da bauen wollen könnten wir denn nicht theoretisch den weg hier entsprechend dann abreißen möglich ist ja würde ich sagen wir bauen so hier jetzt habe ich verboten lass den doch quer bauen machen wir das nämlich einfach wir bauen jetzt hier unten drunter häuser so in dem dreh können wir hier noch ein paar einbauen das könnte ein plan werden brauchen natürlich bloß sonst haben wir hier ein problem das störtlich so ein richtig fetter platzverbrauch der übelst den man eigentlich auch eventuell reduzieren könnte